Hallöchen meine Lieben und ganz herzlich Willkommen zum fünften Video dieser Unboxing-Serie. Eine Box fehlt noch und welche ist es? Richtig, die von Sophia Thiel. Kennt ihr bestimmt auch alle. Ist ein Fitness-Guru, Sport- und Fitness-Guru. Ja, Sporty Girl steht hier drauf. Genau, ich bin gespannt, was hier drin ist, weil Sophia Thiel schaue ich auch total gerne. Natürlich wie alle anderen auch und ihre Videos mag ich gerne. Ich finde sie sehr sympathisch, sehr natürlich. Und ich bin gespannt, was hier drin ist, weil sie ist kein Beauty-Guru wie bei den anderen Vieren. Sie ist der sportliche Typ und deswegen bin ich sehr gespannt, was hier drin ist. Ich hoffe ihr auch und ja, los geht's mit der letzten Box. Ja, so. Ah, okay. Natürlich eine Box, die zu ihr passt. Und zwar ist ja auch so eine süße Karte drin, wie beim Trainieren. Und hinten drauf steht, hey, Sportskanone. Es freut mich, dass du dich für mein Paket entschieden hast. Und ich hoffe, dass dir meine Elemente genauso gut gefallen wie mir. Natürlich alles mit einem kleinen Fitness-Touch. Aber ich finde ideal für einen healthy Lifestyle. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit, deine Sophia. Auch sehr süß, so. Und ja, schauen wir mal, was hier drin ist. Und zwar ist ja schon mal was Gesundes drin. Das Gesunde Plus Kräutertee, Detox-Tee, Zitronengras, Brennnesselgrün-Tee. Finde ich cool. Ich liebe Tee und den Detox-Tee sowieso. Der riecht hier auch schon sehr, sehr gut. Also finde ich eine coole Idee. Ja, so. Dann geht's weiter. Hier ist ein Gutschein drin. Ah, ein Gutschein. 10.000 Frauen sind schon dabei und haben ihre Traumfigur erreicht. Starte auch du jetzt und spare 20% mit deinem Gutschein-Code. Ja, okay. Gültig nur bis zum 30.12. Okay. Aber finde ich cool. 20% ist eine Menge. Wie teuer ist das Programm? Ich glaube, an die 100 Euro. Ja, also so ein Flyer mit 20%. Ja, finde ich auch sehr, sehr cool. Und dann ist hier noch was drin. Und zwar Haargummis von... Ne, die sind von Ebelin. Genau, von Ebelin. Auch diese Telefonkabel-Haargummis. Ja, in braun, durchsichtig und grau. Und dann ist hier noch was drin von TeeTeeSept. Hallo Sonnenschein. Aromadusche Limette Ingwer. Spürbar, belebender, pflegender Duschgenuss. Ja, riecht auf jeden Fall lecker. Ingwer und Limette, riecht geil. Ja, das hier. Und dann ist hier noch was. Ah, von Alverde. Creme, Öl, Lotion. Bio, Jasmin, Bio, Sesam. Für sehr trockene Haut. Finde ich auch cool. Okay, das hier. Und dann ist hier zum ersten Mal eine Wimperntusche drin. Sehr cool. Ähm, von Maybelline Volume Express 100% Black. Die, ähm, kenne ich schon. Die hatte ich schon mal, fand ich jetzt nicht so der Burner. Aber, ähm, ja. Finde ich trotzdem cool, dass eine Mascara drin ist. Das hat mir nämlich irgendwie noch so gefehlt. Ja, und das war's. Was ist ihr Tipp zu, ah, genau, zu den Haargummis. Wo habe ich die jetzt? Hier. Zu den Haargummis hat sie einen Tipp. Und da schreibt sie, bin ein echter Fan davon geworden. Siehen nicht nur super süß aus, sondern halten auch im Training gut und verheddern die Haare nicht. So wie manch anderer Haargummi. Ja, die Box finde ich auch cool und ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche ich am besten finde. Ich finde alle cool. Aber schreibt mir in die Kommentare, welches Box ihr am besten fandet von all den fünf. Das würde mich interessieren. Lasst mir Feedback da, welche euch am besten gefallen hat und ob ihr auch alle Boxen habt. Habt ihr sie euch geholt oder holt ihr sie euch noch? Die gibt es ja aktuell bei dm. Ähm, ja. Und, ähm, ja. Lasst mir einfach Feedback da. Das würde mich interessieren. Und, ja, ansonsten war es das mit den Unboxing-Videos. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, und ansonsten würde ich mich natürlich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Und natürlich dürft ihr auch meinen Kanal kostenlos abonnieren, um keines meiner Videos zu verpassen. Ja, und ansonsten wünsche ich euch dann auch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! 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 Untertitelung. BR 2018